variatio delektat haben schon die alten römer gesagt also abwechslung erfreut und dementsprechend kann ich euch ja auch nicht nur mit wilds of a drain drafts versorgen gerade im quick draft brothers war eigentlich auch ein relativ gutes set relativ spaßiges set wenn man jetzt nicht unbedingt gegen titanias command oder warm coil engine spielt ich gehe einfach mal rein relativ unbefleckt würde ich sagen raktors ist vermutlich der beste archetyp man muss darauf achten dass man relativ viele von diesen kleinen artefakten bekommt die cantrippen und dann hat man eigentlich in der regel ein gutes deck wir haben hier ursa prince of crook zwei blau weiß für ein 2 3 legendary human artificer der artefakt kreaturen plus 2 plus 2 gibt und für sechs mana können wir ein artefakt kopieren und das ist tatsächlich auch noch ein 1 1 soldier also theoretischen 3 3 soldier mit dem effekt von usa der ist auch nicht schlecht aber ich kann mich jetzt also ich kann mich eigentlich nur noch daran erinnern dass ich irgendwie gerne junk gedraftet habe also ich weiß dass schwarz grün gut war und ich weiß dass rot schwarz glaube ich der beste archetyp war dementsprechend habe ich jetzt nicht so super viel übrig für ursa prince of crook wenn ich hier eine einfarbiges sehr gutes removal sehe excavation explosion drei mana drei der mensch irgendwo hin und man kriegt ein power stone der das artefakt etb triggert den man aber auch direkt wieder opfern kann zum beispiel in so einem pan rag on strong bull oder so ja ich würde behaupten dass wir dass die kandidaten hier sind cradle clear cutter ursa prince of crook und excavation explosion ich tendiere zur excavation explosion ist einfarbig und hat glaube ich den ja also mit removal macht man in der regel nie was verkehrt denke ich mal dass man hier gut excavation explosion kann ich hoffe dass das geht auch tatsächlich so weiter hier hätten wir als gute karten scrap war cohort die karte ist insane also ist glaube ich die beste kamen gewesen wir haben mr 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 research desk auch ein schöner card advantage artefakt gerät triggert eben auch zweimal artefakt etb wir haben aber auch noch mal ein excavation explosion wir haben auch noch mal wir haben disenchant wir haben goring warplow den mag ich auch sehr gerne zwei mana 1 1 death touch oder sechs mana 5 4 death touch ja ich tendiere hier zur scrap war kohort ich weiß allerdings nicht ob rot weiß so gut ist ich meine man muss die kohort nicht unbedingt splashen außerdem gibt es halt irgendwie mit energy refractor und woanders buddeln und so weiter eigentlich genug fixing was umsonst ist ja excavation explosion ist auch ziemlich gut aber ich glaube ich nehme die kohort ja kohort ist einfach ein bisschen zu stark so was haben wir dann ok beste karte im pack sehr wahrscheinlich boulder branch golem 7 mana 6 5 du gains life equal to its power den kann man aber auch gleichzeitig noch für 4 mana prototypen dann haben wir auch noch als gute karte emergency welt das ist halt so eine art kleiner grave digger return target artefakt or creature card from your graveyard to your hand create a 1 1 colorless soldier wir haben wing kommando deadly repost ist auch noch ein okayer remove spell und mit stones animation eine der besten blauen karten weil blau halt mit den ganzen power stones so ein bisschen romantiert und wenn man power stones eben zu viel 4 kreaturen macht ist das gar nicht so schlecht ich tendiere hier tatsächlich zu emergency welt dann sind wir halt vielleicht dreifarbig mal schauen ich finde aber auch boulder branch golem ehrlich gesagt ziemlich okay aber ich nehme mal emergency welt und da haben wir jetzt sehr interessante choices denn wir haben den joshin dissident 2 mana 1 1 immer wenn artefakt das battlefield unter unserer kontrolle betritt legen wir eine plus 1 plus 1 marke auf eine kreatur unserer wahl das ist extrem stark die andere option wäre hier zum beispiel suji caveguard oder einen citanus stalwart den mag ich ehrlich gesagt auch sehr gerne aber ich weiß nicht wieviel farbig wir gehen können ich nehme jetzt erst noch mal den joshin dissident und irgendwann werden wir sicherlich eine vorgabe kriegen in welche richtung wir gehen wollen eco world spring ist wahrscheinlich der pick hier wobei ironcrawl crusher auch ziemlich stark ist aber der ist halt jetzt ja der ist schon auch wirklich sehr 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 gut so ein bisschen der punkt ob wir irgendwie kreieren ob wir irgendwie artefakte opfern können und dann ist eco world spring halt mega stark ja ich nehme mal eco world spring ja und dann wir werden schon irgendwie das mana das kriegen wir schon irgendwie raus ich weiß noch nicht genau wie aber irgendwie kriegen wir das mit dem mana schon hin ich muss jetzt nicht unbedingt noch eine grüte noch eine blaue karte nehmen perimeter patrol würde gehen ja ehrlich gesagt ansonsten ist das take flight ist auch okay rust goliath ist okay ich nehme mal den rusk goliath allerdings weiß ich jetzt wirklich noch nicht so genau wo wir hingehen wollen evolving whites könnte ein bisschen helfen scrapbook rager ist nicht super bad und mishra's juggernaut ist auch playable ähm wenn wir so richtung naya gehen geht das naya würde irgendwie gehen scrapbook mud hilft auf jeden fall und da gurgling in neunter ist auch ziemlich gut monastery swiftzwehr ist wahrscheinlich nicht schlecht wir haben eine menge sibling rivalry aber ich nehme mir mal scrapbook mud der hilft auf jeden fall und dann nehme ich mal das ähm dann wird es wohl so aussehen als würde ich das emergency world erstmal nicht spielen und wir sind eher so naja artefakts und da passt der cradle clear cutter eigentlich auch ganz gut rein ähm ja nehme ich mal ok mishra's research desk und war goring warplo auch geteilt ich nehme mal den research desk ähm arms race agivian avenger ja das ist alles nicht mehr super stark also ich glaube naja artefakt ist jetzt auch nicht so wirklich ein archetyp aber wir schauen einfach mal oh recommission return target artefakts kichokat mannoyen through the last one and grab it to the battlefield ja das ist kann das ist nicht so schlecht disenchant ist allerdings auch nicht so schlecht meistens ein disenchant kann man glaube ich immer main decken in dem format ja towerworker ok wir haben jetzt einen towerworker und einen mineworker und wir machen auf ich meine hier ist ein citenel store ward der ist wahrscheinlich für uns ziemlich gut gaias cursor ist auch ok aber ich glaube ich ich glaube ich tendiere jetzt hier ist ein power plant worker übrigens womit wir die workers assembled hätten aber ich glaube ich tendiere hier tatsächlich zu einem citenel store ward auch wenn ich ein bisschen traurig bin dass die besten karten naja herod hero of the dunes ist auf jeden fall schon ziemlich gut ja ich nehm trotzdem sylton store ward ok moa junkie a genius ist so insane aber den kann ich jetzt wirklich nicht mehr nehmen glaube ich ironcraw crusher hatten wir dann hier noch wir hätten mask of the jade crafter der ist auch ziemlich stark vielleicht nehme ich die sogar da drüber über den ironcraw crusher ja ich glaube schon soo was haben wir dann ok nicht so wirklich was ne powerstone engineer ist ok ah hier haben wir doch einen citenel store ward den sollte man vielleicht einfach einsammeln ich denke das ist ok wir müssen jetzt nur noch auch ein bisschen paar günstige artefakte einsammeln das wäre super günstige artefakte bedeutet allerdings nicht dass ich ornithopter spielen muss mhm ambush paratrooper finde ich ehrlich gesagt noch ziemlich ok ähm ich ja ok recruitment officer remain creature card three or less na ich nehme mal lieber den paratrooper wow und die skyfisher spider die ist natürlich auch ziemlich gut aber ich habe mich jetzt von ich habe mich jetzt von schwarz entfernt ich sage jetzt einfach wir spielen kein schwarz hier ist auch noch der dritte citenel store aber hier nehme ich jetzt auch noch mal ein bisschen was für oben noch einen kleinen border branch golem äh schwarz scheint offen zu sein audacity ist wahrscheinlich playable recommission ist playable ich nehme mal audacity gears cursor agothian sprite ja ich nehme mal so ein cursor aha aber lässt engineers und noch ein citenel store world ok ja ich nehme mal die aber des engineers die sind glaube ich auch nicht schlecht dann haben wir hier tatsächlich den power plant worker weil ich eh nichts anderes darüber nehme ja gut hier ist auch glaube ich relativ egal ich hätte gerne noch so ein paar artefakte die cykeln das wäre ganz gut also halt so eine elsewhere flask oder so ein energy refractor und ich hätte auch gern was um artefakte in den graveyard zu legen und irgendwie removal hätte ich auch noch ganz gerne ok mehr als drei citenel star wars brauchen wir auf jeden fall nicht denke ich damit könnte man allerdings schon überlegen auch noch eine weitere farbe zu splashen vielleicht hätte ich dann doch die skyfisher spider nehmen sollen ähm ok wow das ist schade dass das na gut ich meine static net ist ok ja static net ist schon ziemlich ok ja das ist fein so wir kriegen geschoben basically gar nichts ne 7 mana instant der nichts macht die uncommens sind alle schlecht für uns also wir sind naja wir kriegen eine unplayable eine und zwei karten in nicht unseren farben ah das ist schon ein bisschen unlucky und auch kein günstiges artefakt ich nehme mal disenchant noch vielleicht müssen wir das noch spielen ja ok da ist immerhin die woanders buddl ähhh ja die hier ist auch ein pan dragon strong bull und es ist schon es wäre auch ganz gut irgendwie artefakte in den greyshard legen zu können für echo wellspring aber günstige artefakte sind auch super wichtig für meine für meine store ich nehme trotzdem den strong bull wir müssen halt irgendwie artefakte in den greyshard kriegen da ist noch ein static net das ist ganz gut da ist ein energy refractor der wäre auch ganz gut aber ich nehme hier tatsächlich den das removal drüber äh hier hätten wir noch ein removal hier hätten wir auch ein energy refractor ich glaube hier nehme ich jetzt mal energy refractor fixed und lässt halt den citizen store ward für mehr mana tappen da ist noch eine co wow tocasia ne aber ich nehme noch eine cohort die ist einfach so stark scrupul cohort so spät ist auf jeden fall ein geschenk geas gift ist ehrlich gesagt auch noch ziemlich gut das könnte man auch noch spielen ich packe es mal ins sideboard weil ich mir nicht sicher bin ob ich es im main denken würde oh soul guide lantern und energy refractor ähm ich glaube soul guide lantern ist schon fein und hier haben wir dann aber tatsächlich wirklich nichts mehr äh ja ich nehme mal ich nehme mal die raveness giga aufs maul karte okay noch ein sit in a store ward klar und wir haben nur einen penrigon strong bull gesehen das ist echt wenig war kein guter draft für uns kann man kann man nicht sagen das war definitiv kein guter draft fünfzehn länder könnte allerdings passen fünfzehn länder mit drei sit in a store wards ich denke das okay muss noch mal kurz gucken weil also man man shavet halt in dem format auch sehr sehr schnell länder weil man eben viele von den artefakten hat die cycle ne energy refractor eco wild spring mishra's research desk soul guide lantern äh scrapwork mud im weitesten sinne auch äh und wir haben eben auch drei sit in a store wards ja ich denke das passt so ähm ich brauche auf jeden fall mehr grün vielleicht irgendwie so und dann habe ich jetzt eins zwei drei ja okay rote karten habe ich eh nur drei vielleicht sollte ich sogar besser sieben also mindestens sieben grün spielen sieben vier vier oder so ähm ja oder sagen wir mal äh acht vier drei so so könnte es doch glaube ich funktionieren ich schaue mir mal eben kurz die mana ich schaue mir mal eben kurz die kreaturen kurve an drei sechs acht zehn zwölf fünfzehn ja ja das sieht jetzt so ein bisschen krass aus weil ich fünfzehn länder spiele ein zehn ein sieben und ein sechs drop und zwei fünf drops aber wir haben halt echt viele karten die cykeln wir haben drei mana dorks ähm und den kann man die kann man jeweils auch prototypen also von daher das ist glaube ich schon okay das ist theoretisch auch noch ein mana dork wenn man so will ähm ich glaube das passt so remove spells haben wir immerhin disenchant und excavation explosion zwei static nets audacity ist so ein bisschen so ein fragwürdiger pick audacity muss man nicht unbedingt spielen man könnte auch ein zweites edition schon spielen ähm man könnte auch sagen man spielt einen tower worker oder man spielt ja ich glaube tatsächlich ist ähm geas gift besser als das audacity ja also wie gesagt das format ist halt super crazy ähm ich bin am liebsten in schwarz rot und das wäre jetzt vielleicht sogar möglich gewesen weil am ende viel schwarz gekommen ist aber am anfang sah es dann doch eher so ein bisschen nach grün aus denn dass ich den junkier genius nicht mitnehmen konnte ist ein bisschen schade dennoch versuche ich mich jetzt hier mal an diesem 15 land äh artefakt trigger keine ahnung wie auch immer gearteten deck äh ich bin gespannt wie es laufen wird ähm und ich würde sagen dann wünsche ich uns ganz viel spaß bei den matches ich darf anfangen äh ja ist ein keeper denke ich wir haben turn 3 cradle clear cutter turn 4 scrapper cohort und irgendwann wenn wir denn dann so ein sit in the store ziehen sollten haben wir auch weißes und rotes mana für strong bull und static net bin mal gespannt ob winnie pooh die hand hält solange wir grünes mana haben ist eigentlich ok also ohne grünes mana wird es ein bisschen eng aber mit grünem mana ist glaube ich fein so oh da ist ja direkt der store okay aha da ist auch schon das disfigur ich kann mir keine andere ein ja ich wollte gerade sagen ich kann mir keine andere karte für ein schwarzes mana vorstellen wo jetzt hier ein stopp ist red out ist nicht im format ok jetzt will ich aber hoffen dass mein clear kletter überlebt ich kann das wort nicht aussprechen übrigens clear cutter ja ist echt schwierig damit ich meine cohorts legen kann mhm ok das geht also ja perfekt mana ist auf jeden fall da mhm ok gegner ist auf jeden fall in vermutlich besten archetypen drin conscripted infantry ist auch nicht verkehrt übernimmt ihn ok what ok ok tja dann würde ich mal reingehen oder warum hat er den in 3 damage ok ah scrupal code ist schon eine sehr gute karte ich wollte jetzt hier nicht static net spielen weil ich davon ausgehe dass der gegner irgendwas schlimmeres hat wie zum beispiel diese karte permanen permanency controller ward sacrifice a permanent ja 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 genau also ich meine das ist schon eine der besten karten im set leider ja ich würde gerne genau ich würde erst den moment jetzt muss ich ja ok schade in meinem kopf hat das so funktioniert dass ich erst den powerstone bekomme aber natürlich nicht wirklich so ich hoffe unser gegen unser gegen eigentlich noch mehr mishra tamer of mac vr wow auch eine starke karte auch eine starke karte ok ecowelt spring das ist doch mal eine mädel karte insbesondere wo wir den strong wohl auch schon haben dissenchant gut ich meine ich kann mir theoretisch ich könnte mit allem reingehen dann gucken was passiert ich gehe mal davon aus dass der 1 1er den 3 1er blockt und dass hier irgendwie die 2 1 1er geblockt werden ich weiß nicht ob ich noch ein land legen will die gegner ein bisschen runter zu bringen ist ja auch gar nicht schlecht für strong wohl action emergency war das ist stark das grindet natürlich sehr gut ok der menace guy greift an ok misch was juggernaut ok so gut irgendwann wird rotes mana kommen in form vom sit in the store world oder einem mountain denke ich dann können wir noch mal eine extra karte ziehen mit dem echo world spring exile ok ja gut das ist fein ehrlich gesagt das ist fein gurgling erneunt er geht rein gehe ich auf 16 na der ist doch auch nicht schlecht der ist doch zumindest gleich mal in der lage ein bisschen anzugreifen und land ok jetzt haben wir also nichts mehr gegner hat nichts mehr static net ja das ist auch nicht schlecht nehmen wir mal das ding hier weg so jetzt kann der gegner entweder mit allen drei kreaturen sich da vorlegen oder halt vier nehmen ja fein ehrlich gesagt das ist okay damit kann ich sehr 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 gut arbeiten also wir haben noch eine kohort im graveyard wir haben noch einen disenchant wir haben noch einen strong bull das ist der vorteil daran wenn man nur 15 länder spielt man flooded in der regel nicht wenn man 1 5 6 7 8 ja ich leg den einfach als 3 5er hin auch wenn ich fast 10 mana hätte ne also dank der ok ich hätte hier vielleicht sogar angreifen können mit der kohort dank der power stones kommt man hier schon auch mit einem 15 land deck durchaus mal auf 10 mana ok na gut gute tags hast du trotzdem nicht energy refractor nice kein land ok der geht einfach nur rein das reicht und dann stehen wir in den strong bull dann habe ich leider keinen mana mehr übrig um den eco world spring zu sacken aber das kann ich ja auch noch im nächsten zug außerdem wird der ja dann größer Gegner flooded natürlich hart aus kann man nicht anders sagen so ich opfer mal den hier theoretisch muss der gegner halt pan ragon strong bull auch schon jumpen ja das reicht nicht naja pan ragon strong bull ist halt wenn er ungeblockt ist und wir 20 artefakte legen haben auch schon fast immer lethal ja so kann es funktionieren ne 15 länder da wird man nicht flooded puh das ist eine sehr schöne hand hier Gegner machten maligen wir haben sit in the store ward into artefakt um damit sit in the store ward birds of paradise wird also das könnte sehr 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 gut werden wir brauchen natürlich ein bisschen business ne also aktuell haben wir einen combat trick und einen remove a spell und eine karte die sich selber cycelt okay Mishra's research desk hilft tatsächlich wow das war auch kein schlechter draw ich exile mal die so geil äh ich exile mal die evolving wilds einfach wilds geht wilds geht ich greife nicht an der gegner könnte amish paratrooper haben den 1 2 flash flyer ja okay könnte haben ich hätte ich vielleicht erst angreifen sollen dann hätte ich vielleicht die geas gift gespielt ja ich glaube ich spiele einfach mal die aber lässt engineers ich weiß nur nicht ich glaube wir machen daraus einfach ein 3-3 trample haste oder ich glaube pausse und bräuny unbedingt 3-3 trample haste wirkt auf jeden fall irgendwie richtig oh mehr ambush paratrooper ok naja das gute ist die sind jetzt nicht zu stark in multiples also die ability für 5 das team zu pumpen wird eigentlich günstiger wenn man mehr davon hat ja okay das ist nicht schlecht vielleicht aktiviere ich das noch aber die möglichkeit land oder land zu nehmen dann nehme ich doch einfach land wähle land so und jetzt habe ich 5 mana zur verfügung mhm static net hat kein flash ich könnte den paratrooper wegnehmen aber ich weiß nicht ob ich das schon brauche ich kann glaube ich einfach erstmal eco wellspring spielen eine karte ziehen und dann gucken wir weiter ok juggernaut vielleicht ziehe ich noch eine karte mhm ja nächste runde kann ich juggernaut legen die ist natürlich nicht schlecht ja 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 attack für 5 ah ne für each other creature na gut dann würde ich sagen greifen wir einfach mal mit der an nimmt er irgendwas äh nehm ich einfach die fette weg nehm ich einfach die fette weg äh it gains reach trample ah warte mal die untappt ja gar nicht da steht ja alles drauf außer untappt das ist ja voll ärgerlich ok ok Gegner hat einfach ambush paratrooper dort deck gedrafted ist das gut mit beiden anzugreifen ich wollte gerade sagen es reicht auch wenn du mit einer angreist ja nehm ich 4 ja nehm ich 4 rotes mann ok so und jetzt könnte man natürlich mal blocken ne plus 1 plus 1 marke reach trample hexproof indestructible also da steht wirklich viel drauf für 1 mana äh für 2 mana entschuldigung aber selbst für 2 ja selbst für 2 mana steht ja sehr viel drauf dann könnte der könnte mishra's juggernaut das ding killen ich versuche es einfach mal guck mal so ok und dann hilft sogar der pump nicht ja ja das war ziemlich gut für uns ziemlich guter trade na und ihr seht selbst mit 15 ländern wir kommen halt immer auf unsere mana weil alles irgendwie durchcycelt echo wellspring mishra's research desk und so weiter ja läuft doch 2-0 nice das ist keine besonders explosive hand ich halte die trotzdem mal energy refractor cycled der cycled uns in was gutes wenn wir einen citadel starboard ziehen dann haben wir turn 4 rascal äh mill man nicht mich boah 2 länder gemillt alter schon wieder so ok also wir haben nur noch 9 länder im deck wir haben literally nur noch 9 länder im deck also eigentlich können wir schon fast keine mehr ziehen schwarz-rot problem wäre machen wir jetzt nicht irgendwie einen 3 1er oder sowas sei mal ein bisschen gemäßig doch das ist fein research desk ist ok cycled uns auch diese ganzen das ist schon sag ich mal ein sehr angenehmes gefühl diese ganzen colorless karten zu haben die man mit jedem mana spielen kann und die cykeln weil man dann doch immer irgendwie zum spielen kommt ja ok lass ein artefakt auf die hand nehmen oder der ist 3 2 kannst du hier woanders buddeln auf die hand nehmen ich glaube das macht sogar schon sinn ne nimmt er nicht ok mhm das kann ich leider nicht spielen hehe ja ich könnte eine karte ziehen und vielleicht einen 2 drop finden ja ich glaube das macht sogar sinn ich glaube ich mache das mal so ich ziehe meine karte oder ein äh stalwart oh scrapbook cohort ok das ist immerhin ein okes turn 4 play turn 5 habe ich dann rascolite ok ich bin jetzt ein bisschen bin jetzt sehr langsam angefangen uuuhh hort aber immerhin habe ich dann einen 4 5er und einen 3 5er für ein bisschen defense sollte jetzt was für also ich werde wenn ich kann auf jeden fall den 3 1er mit dem 4 3er traden kann ich aber nicht dann nehme ich 7 dann legen wir Gears Cursor so und der soll jetzt gefälligst aber mal ein bisschen hier äh Ruhe bringen ney Deck vom Gegner ist nicht schlecht des Figures Strongbull Flask Cinder Maw also da sind schon eigentlich nur gute Karten dabei ist schon nicht schlecht Rager ist gut das Gute ist dass immerhin jetzt keine Attacks aktuell drohen ich kann noch den Strongbull spielen der Protected ja auch erstmal ein bisschen bei 3 4 5 6 7 neun Länder noch 6 entdeckt noch 6 entdeckt Panwagon Strongbull ist theoretisch ja ok 1 1 ist aber fein der ist auch fein ich hätte mal den ich glaube nicht dass du attackst ehrlich gesagt ja Power 2 oh Stoward jetzt schon sehr gut ich glaube ich kann den mal opfern guck mal was passiert vielleicht ziehen wir irgendwas nices was war das oh Clear Cutter oh ja der ist gut ein 3 6er ist sehr stark und äh jetzt habe ich nächste Runde halt 10 Mana ne dann kann ich halt einfach Raskolai entlegen ja ich meine gut dann kann der Gegner vielleicht Eck sein oder sowas keine Ahnung aber theoretisch habe ich gleich hier den Fetzo 19 ja Fexodemon ist ok oh das war auch gut hier Ibims 1 10 10er mit Trampe ich habe ein bisschen Schiss dass er den übernimmt aber der kann ja ich meine gut der kann auch nicht wirklich hauen gehen durch den 1 1 Death Toucher ne aber Boulder Branch Golem hilft auf jeden Fall sehr 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 gut ok rotes Mana ist auch nicht so verkehrt ich würde jetzt einfach mal eine Runde den spielen dann Boulder Branchen und da da haben wir alle Fettsos hat ah nein ah ich bin ein Trash Pfosten einfach nicht an das Sindermore gedacht naja das war nicht schlau das liebe Leute war definitiv nicht schlau oh oh Aschnurts Harvester war frech ehrlich gesagt ziemlich gut aus oh come on Leute hat denn jeder hat denn jeder Mishra eigentlich oder was ja gut ok naja ich glaube ich spiele jetzt einfach alles aus dem Graveyard erstmal raus sonst wird ja sonst kommt ja gleich der Harvester an geäumelt aha ok Static Nets nehme ich ähm aber was nehmen wir mit vielleicht nehme ich auch den Warplow und Attack für 10 warte mal woher warte mal Each Artifact has unearthed das ist halt auch einfach ich glaube die Karte ist zu stark ist halt auch einfach wieder so frech ich kriege schon wieder kein Leben das Sindermore ist einfach gemein ja blockst du mit dem Sindermore please du kannst einfach 7 nehmen ja oder das geht natürlich auch dann stirbt halt einfach so ein Stalwart oder so ja ich würde schon nehmen ja genau ich würde schon nehmen Stalwart minus 1 minus 1 geben ach im comment war das noch ach im comment war das noch hm ja ich hätte die Coorte vielleicht noch extra 1 sollen für eine extra Karte äh für einen extra 1 1 Token aber das macht jetzt so viel auch nicht mehr wird er halt Opfern mit dem Thraxodemon ja gut aber ein bisschen angreifen kann ich ja gleich trotzdem ne oder wie ist das Mask of the Jade Crafter die ist auch nicht so schlecht ähm ja die beiden greifen auf jeden Fall mal an der vielleicht auch noch kann ja mal gucken wie er blockt ja ich glaube so reicht es nämlich nicht an Blocks das kommen im Moment immer noch 16 durch ja so kommen 9 äh warte mal ok ok wenn ich jetzt kann ich nicht zweimal pumpen so stirbt der doch gar nicht oder wenn ich das richtig sehe bist du auf 3 dann opfer ich den 1 dann opfer ich den 2 und dann opfer ich noch einen Border Branch Golem 3 ja war dann leider doch ziemlich lethal der Tag hätte ich vielleicht schon vorher machen können aber naja so hat es ja auch funktioniert Schöne Hand easy keep Turn 1 Starward Turn 2 Scraprock Mud into Misras Richard Stashk und dann Pendragon Strongbowl ich weiß gar nicht ob ich überhaupt was abschmeißen möchte ich glaube eher ok no Blocks ich könnte ein Land abschmeißen aber irgendwie auch nicht ich hätte auch den Misser ich hätte auch den Scrapwork Mud untappt lassen können indem ich erstmal den Research Desk spiele wäre vielleicht auch eine Option gewesen ehrlich gesagt hätte ich hier traden können aber will ich traden? hey ok hätte ich nicht traden können naja gut Strongbowl Land ok wenn wir noch ein Land ziehen habe ich Cursor wenn wir kein Land ziehen habe ich theoretisch Static Net er gibt weiterhin Gas ok ich nehme mal den einen Schadenspunkt hier ich bin auf jeden Fall auf das Follow-up gesch... oh der ist gut der ist gut ja da ist ein Land dann würde ich sagen greifen wir einfach an für zwei und dann legen wir den Cursor und dann bin ich wirklich mal gespannt wie viele Attacks unser Gegner noch hat also ich meine in 4-5er angreifen kann man jetzt schon nicht mehr so wahrscheinlich oder? der Double Striker greift doch an na gut ok ist doch eine gute Karte Comet Thrasher hätte ich würde auch gerne im Deck ok ok Power Blade mmmm es gab es gab Land es hat Land Tja, gute Frage. Das ist schon ein ziemlich schlimmer Attack für den Gegner. Der Gegner ist auf 10. Ich habe den Strong Bull, mit dem ich noch theoretisch 2 mal benutzen kann. Ich kriege noch ein paar frische Karten mit dem Research Desk. Nochmal eine Power Blade. Okay, ja gut, ich meine, nochmal eine Power Blade, dann Equip, das reicht halt auch nicht mehr. Also es ist ein bisschen ein überraschender Conceit an der Stelle, aber nehmen wir. Das ist eine sehr langsame Hand. Und wir haben eben auch kein rotes Mana für die Arborlist Engineers. Ich, mit einem Sentinel Star Wars sind wir, glaube ich, drin. Und wir stehen 4-0, also akzeptiere ich das jetzt einfach mal. Es ist jetzt Berufsrisiko, hier zu screwen. Oder zu color screwen zumindest. Ich meine, ich kann halt ein 2-2er bauen über mehrere Züge. Was ein geiler Draw wäre, wäre der Yoshi in Dissident. Also einfach mal die grün-weiße Signature ankommen. Oh, wow. Oder einen von 3 Mountains, den nehmen wir natürlich auch, um gleich schön einen Schaden auf den Store Wall zu schießen, der hoffentlich noch nicht zu viel Value jetzt gemacht hat. Oh, geil. Hm, love it. Oh, yes. Oh, geil. Hittet immerhin Land und Scrapwork Mord. Wow, das natürlich, das natürlich bastelt. Ich würde hier trotzdem, glaube ich, den Store Wall abschießen. Ja, ich glaube, das lohnt sich. Selbst wenn mich das vielleicht ein bisschen den Zug nach hinten setzt und ich, angenommen, ich würde in Land ziehen, hätte ich nächste Runde sogar den Juggernaut legen können, wenn ich Sittaner Store Wall lege, ist mir das so doch lieber. Okay, der hätte auch ein Damage vertragen hier, der... Äh, Strong Bull. Oh, gut. Ich hatte noch irgendwas, der hat Ward 2. Ne. Sehr mana-ineffizientes Play hier, aber ich investiere in meine Zukunft. In der Hoffnung, dass der überlebt. Naja, gut, hier können wir traden. Er hätte beinahe überlebt. Vielleicht hätte ich hier sogar einfach mal einen 4-4er machen sollen. Bisschen Schiss vor den gegnerischen Fettsos. Ja, vielleicht hätte ich einen 4-4er machen sollen. Deck wirkt bis hierhin aber auch fair. Also, das gegnerische Deck spielt gute Karten, aber jetzt auch keine unfairen Karten. Exile. Also, warte mal. Ne, dann... Dann lieber nicht Exile. Okay, hat immerhin gegen die ganze Karte getradet. Die halbe Karte. Okay. Land. Sweet. Dann gibt es erstmal Attacks für zwei und dann legen wir Juggernaut. Juggernaut zusammen mit Static Net und Gears Gift sind relativ potente Threats. Also, legt der Gegner irgendwas Großes, Static Netten wir das, dann legt der Gegner irgendwas, wo wir traden könnten, können wir Gears Gift spielen. Und ich habe ja nochmal eine Mask, aktuell zumindest in der Hinterhand. Und... Oh! Boy! Draw two cards? Ne, okay. Okay. It's not Magic Karten. Aber gut, jetzt ist es auch schon vorbei mit Magic Karten. Und das war immerhin nur ein Land oder 2-2. Ja, gut. Hm. So, nochmal einfach für 5 reingesemmelt. Ist doch nice. So, nächste Runde. Ich gehe mal davon aus, dass der, also das natürlichste Place, hier einfach Scrapwork-Mod anöerfen, ein Land wegschmeißen. Hoffe ich. Okay, Gegner macht nix. Äh, ja. Ich mache einfach n 4-4er. Und keine Attacks. Das war jetzt ein bisschen Mana-effizienter anstelle einfach. Oh, er gibt doch das 7. Ah. Ah. Ich... I see. I see what you did there. Sadly, it's not good enough. Ja. Hm. Ja, ich glaube hier, ungeblocken können wir den schon mal so mitnehmen. Hier noch den Schaden extra. Dann lege ich noch so einen Stoward. Gut. Nächste Runde sollte er irgendwas drüber trampeln, ne? Scrapwork-Mod, Discard Land. Deshalb hat der Gegner das auch gerade nicht gemacht. Er hat einfach einen 10-Drop gezogen und hatte 9 Mana. Hat sich dann, ja gut, wenn ich 1 Mana ziehe, dann ist ja easy. Okay, dann gibt es Attack für 2 mindestens. Ja, ich werde nicht blocken. Stoward definitiv nicht der beste Draw, aber... Tja, was sind die guten Blocks für den Gegner? Trample, Haxproof, tralala, drüber. Ja. Okay. Ich glaube, wir stehen 5-0 mit dem Deck. Also das hätte ich tatsächlich auch nicht erwartet, aber okay. Wir nehmen die natürlich mit. Ja, easy. H1 ist okay. Können wir keepen. Und wir haben noch nicht mal so richtig Bomben im Deck, ne? Wir spielen halt so ein Naja-Geschrömmel, aber naja, reicht ja manchmal. Unsere Draws waren bisher aber auch sehr gut. Unsere Gegner sind manchmal einfach ausgeflattet. Wir haben halt einfach eine gute Anzahl an Ländern gezogen. Also von daher, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Es könnte ja sein, dass ich die Sawguide Lantern einfach durchcyceln muss, wenn ich jetzt kein Land... Oh, okay. Jetzt mache ich alles andere, als die Sawguide Lantern durchcyceln, weil jetzt ist sie ein Mana-Stein. Ja. Jetzt kann ich Turn 3 auf jeden Fall Cradle Clear Cutter legen. Sollte ich allerdings ein Land hitten, dann werde ich auf jeden Fall die Cohort legen. Okay. Gegner ist der Mono-Grüne Guy und findet Phyrexian Dragon Engine. Das könnte ich Disenchanten. Aber ich glaube, ich lege erstmal ein Clear... Ich kann es nicht aussprechen, Leute. Wie auch immer. Cradle Clear Cutter. So. Jetzt habe ich zumindest 4 Mana nächste Runde. Gegner ist interessanterweise grün-schwarz und hat halt einfach die... den doppelroten Unearther. Interesting. Die ist gut. Vielleicht muss ich nächste Runde mal was Disenchanten. Das ist schon... Jetzt habe ich so einen klassischen 15-Land-Draw, wo ich auch einfach keine Länder ziehe. Was aber durchaus auch mal okay ist. Okay, Reckless haben wir einen guten Block drauf. Dragon Engine müssen wir noch einmal durchlassen. Ist halt nicht schlecht, eine 4-Power-Kreatur für 3 Mana. Okay, immerhin Land. Land war gut. Jetzt ist nur der Punkt, das machen wir. Ich könnte theoretisch noch einmal 4 nehmen, mein Board weiterentwickeln und hier mal so eine Juggernaut-Geschichte legen. Was zumindest sehr Mana-Effizient wäre. Ja, komm. Wenn ich nämlich danach noch ein Land ziehe, dann kann ich Mask spielen und Disenchant und habe Gears Cradle offen oder spiele Scrap-Record und lasse mir die beiden Tricks offen. Gefällt mir ein bisschen besser, muss ich sagen. Und auf 8 gehen. Ach, das ist ein... Der ist gegebenenfalls gefährlich. Der ist gegebenenfalls gefährlich. Okay, dann kriege ich den immerhin so weg. Das ist doch ganz nice. Ohne Disenchant dafür auszugeben, was ich halt lieber für die Dragon Engine ausgeben würde oder für den Foundry Inspector. Dude, what? Okay. Das kann ich nicht verhindern. Ja. Die triggert jetzt und kann halt sofort... Nee, muss sie direkt machen? Oder kann sie meine... Kann sie meine... Ach, sie kann meinen Juggernaut einfach nehmen. Buh. Da bin ich kein Fan von. Aber okay, gut. Ah, zwei... Also Gegner hat bisher auch gespielt. Rare, Uncommon, Uncommon, Uncommon. Vielleicht hätte ich den Foundry Inspector irgendwann mal killen müssen. Gefährlich? Ziemlich gefährlich. Ich glaube, ich... Oh, hat er noch was? Das Figure? Das Figure ist möglich. Ich glaube, ich kill den mal. Okay. Und dann kann immerhin der Fliege angreifen. Okay, drei grüne Mana. Ja, gut. Das kann man halt immer irgendwie ummünzen in... Das Figure, ja. Okay. Noch ein Lando. Mach ich ein 7-7-A. Und hoffe jetzt einfach, dass die letzten beiden Handkarten vom Gegner nicht zu crazy sind. Keine crazy Karte, bitte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, nee. Natürlich. Es ist halt immer der 10-Drop. Jeder spielt Good Old Trusty Rusty. Okay. Research Desk. Könnte mir ein Static Net finden. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Findet mir immerhin Whitespring. Whitespring ist eine Karte. Das findet mir ein Land. Okay. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4 Mana noch. Ich könnte noch mal den Desk aktivieren, um einfach... Wann kann ich die spielen? Until the end of your next turn. Das ist wahrscheinlich das Mana-effizienteste Play. Ja, dann wird es wohl Border Branch Golem sein. Keine Attacks leider. Ich meine, ich kann Trusty Rusty immerhin doppelblocken. Und ich kann jetzt auf jeden Fall noch mal die Soulguide Lantern durchcyclen. Boah. Ei, 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 ei. Astro Cornucopia für 2, ja. Okay. Battery Bearer ist in seinem Deck... Ist das erste Mal, dass ich Battery Bearer als gute Karte empfinde, weil er hat jetzt schon... Zwei Karten gezogen. Ja, der Simic Archetyp funktioniert ja häufig einfach gar nicht. Ne, hast du ein Fight Spell? Come on. Oh Gott. Und ich habe nur einen neuen Power da liegen. Das ist ein bisschen wenig. Oh, nehme ich 10. Gehe ich auf 2. Nehme ich 10. Ist halt auch so ein schöner Satz einfach. Ja, nehme ich 10. Okay, cool. Mann, wo sind denn meine Static Nets, Alter? So, okay. Ja, das siebte Land wollte ich noch ausspielen. Jetzt kann ich vielleicht dann nicht... Okay, Girlging in 9. Nimmt ein bisschen das Tempo... Boah, dude! Warum ziehst du nicht erst eine Karte, bevor du... Ach so, ja, okay. Verstehe ich. The Hits keep on coming für unseren Gegner. Ich weiß noch nicht, warum man Astro Cornucopia spielt, aber das ist jetzt leider ein bisschen ungut für uns. Der wächst ja auch... Mace Mind Tome ist so stark mit dem zusammen. Ich brauche jetzt einfach Static Net into Static Net into alles. Und selbst dann werde ich verlieren. Also ich glaube, unser gesamtes Deck ist nicht dazu ausgelegt, das hier zu schlagen, was unser Gegner macht. Puh. Mh, 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 mh. Äh... 6, 9, 10. Und wenn ich mit dem Rest hier blocke... Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, dann chumpe ich die nur, weil wenn die wiederkommt, äh, zieht er ja nochmal ein paar Karten, das wollen wir nicht. Ja, okay. Aber immerhin ist der Schwämpfler weg. Noch in Land gezogen, das ist gut. Dann kann ich nämlich das mit Scrapwork Mud abschmeißen. Okay. Und dann Boom Ghost der Dynamite hier. Gegner. Gegner hat den Block gefunden. Damn. Gurgling in Neunter und Maze mein Turm. Frechheit. Jetzt haben wir schon so lange ausgehalten. Aber jetzt ist es vorbei, glaube ich. Ja, ich werde nochmal eine Runde champen. Ich lege mal den Scrapwork Mud in den Graveyard, damit ich gegebenenfalls direkt wieder durchcyceln kann. Falls wir noch ein Land hitten sollten. Verstehe nicht, warum der nicht angegriffen hat. Irgendwann mussten ja die Decks kaum irgendwas machen. What? Dude. Jetzt wird es ein bisschen unrealistisch. Oh, right on time. Den hätte ich gerne mal Turn 2 gehabt, nachdem ich dann, keine Ahnung, 70 Artefakte gelegt habe oder so. Ja, ich gehe mal raus. Ich glaube, es gibt nicht wirklich viele Sequenzen, die uns hier raus helfen. Eigentlich glaube ich gar keine. Ich kann Scrapwork Mud spielen, Ocean Dissident discarden und dann vielleicht Zettignet ziehen, dann darauf spielen, dann gehe ich auf 7, dann bin ich aber trotzdem einfach weiterhin tot. Solid Hand. Alle Manafarben am Start. Ich habe 1, 2, 4. Gute Curve. 1, 2, 4, 10. Naja gut, vielleicht kann man noch auf 5 spielen. Mal schauen. Gegner, leg mal irgendwie ein 1, 1er oder so. Hier könnte man jetzt überlegen, ob man vielleicht mit dem Paratrooper blockt. Wenn der Gegner jetzt nicht unbedingt Evolving Whites spielt, könnte ich sogar sehen, zu blocken. Ja, ich finde es nicht so schlecht, ehrlich gesagt. falls dann jetzt ein Play kommt, kann ich das excavaten. Ja, sehr schön. Und dann kann ich halt direkt den Trusty legen. Ja, 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 ja. So habe ich mich selber on the Play gesetzt, dank des Powerstones hier. schon keine schlechte, auch zwar nur Cummins, aber schon keine schlechte. Gixien Puppetier ist auch so eine verrückte Magic-Karte. 4 Mana, 4, 3. Immer wenn du eine zweite Karte siehst in der Runde, draint er für 2. Und wenn er stirbt, holt sie dir eine Kreatur mit Mana Value 3 oder weniger ins Spiel zurück. Kompletter Wahnsinn, die Karte. Oh, Bode Branch. Ah, ich mache erstmal diese. Gucken, was wir hitten. Und dann glaube ich, warte ich mal auf ein Static Net, damit ich einfach den Puppetier ohne Ärgernis entsorgen kann. Auch schon wieder sehr viele Länder gezogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kann er den opfern? Oder ist es einfach nur als Attack für 3? Opfern können wir jetzt natürlich hart ärgerlich, aber Attack für 3 für die Karte. Also, es gibt nicht super viele Opfer-Effekte, aber... Nein. Ach. Das ist einfach... Das ist so eine dumme Kiddy-Kombo, ne? Naja. Egal. Äh. Uh. Ich könnte... Nee, ich spiele erst mal den hier. So, ich go. Nächste Runde habe ich 8 Mana für Geass Cursor und Scurper Cohort. Hm. Mhm, mhm, mhm. Dann würde ich sagen, spiele ich die Cohorte. Und dann gehe ich mal rein. Vielleicht doppelt blockt er ja auch den Boulder Branch Golem. Glaube ich zwar nicht dran, aber könnte er sein. Okay, geht auf 11. Dann legen wir noch so ein etwas größeres Vieh nach. Leider ist Unearth so ein bisschen trügerisch. Unearth und Kreaturen im Graveyard beißt sich so ein bisschen, weil die natürlich geexiled werden. Aber ich würde den, glaube ich, trotzdem immer spielen. Pendragon Strongbowl. Ja, der ist gut. Okay. Disenchant bringt leider nicht so viel. Ich gönne mir mal einen frischen Draw. Genau. Dude. Okay. 2, 4, 8, 9, 11 Länder sind weg. Okay, 4 haben wir noch im Deck. Und 17 Spells. Das ist nice. Das ist nice. Ähm. Ich glaube, ich will nicht angreifen, oder? Also, ich glaube, meine Spelldichte müsste ein bisschen höher sein jetzt. Ein Static Net auf den Gexchen Puppetier wäre schon nice. Huh. Entschuldigt, bitte. Ich habe heute Nacht nicht ganz so gut geschlafen. Aber vielleicht ist auch die Spelldichte bei dem Gegner ein bisschen höher. Kann ja durchaus sein. Wir spielen ja nur 15 Länder. Dude. Okay. Der ist mir sehr egal, aber ist natürlich eine Synergie mit dem Strong Bull. Mhm. Mehr Lands. Ich habe nicht mehr so viel Zeit jetzt. Ist natürlich auch noch mal eine Synergie hiermit, ne? Also, alles das, was er jetzt zaubert, ist halt wirklich nicht schlecht. Also, viel Zeit. Vielleicht bin ich doch bereit zu sagen, ich trade meinen Border Branch Golem gegen Gixion Infiltrator oder gegen äh, Panragon Strong Bull. Ja, dann, äh, lege ich den mal nach vorne. Ich will auf jeden Fall, dass der stirbt. Er kann natürlich zwei Sachen Sacrificen, dann stirbt der Gixion. Dann stirbt nur der Gixion Infiltrator. Ist aber okay, finde ich. Weil der wird halt einfach irgendwann zu groß. Mhm. So. Jetzt hat er Clay Revenant, der immer getappt ins Spiel kommt. Und, ähm, ich habe meine dritte Kreatur im Grave. Das heißt, ich kann jetzt, je nachdem, was er hat, mit Gears Cursor gegen Strong Bull traden. Außer er hat noch eine zweite Kreatur. Vielleicht ziehen wir ja auch irgendwas, das ein Non-Land ist. Ich habe noch Sit-in-the-Store-Walls im Deck. Das geht noch. Okay. Asch-Nords-Harvester ist gut, ja. Er tradet halt gegen unsere X1er, aber das ist trotzdem fein. Oh, Clear Cutter ist gut. Naja, was heißt es gut? Es ist halt einfach ein 3-6er. Der Block zumindest. Ja, ich glaube, Static Net wäre schon Static Net Strong Bull. Das sind so, glaube ich, unsere besten Karten. Ach, das ist stupid. Wenn ich ihn mir selber disenchante, dann bekommt er immerhin kein Trigger, beziehungsweise keine Activation von Pendering und Strong Bull und kein Gedöns. Das passt schon. Ich habe auch einen und ich habe drei Artefakte aktuell und keinen Power Store und so. Scrap Rock Mud ist ein guter Door. Static Net ist auch ein guter Draw. Clay Revenant kann ich nicht exilen, also ich kann die Artefakte nicht exilen, weil man die einfach mit dem Strong Bull exilen, äh, er kann zwei opfern, dann stirbt er aber nicht. Okay, das heißt, ich kann theoretisch mal mit dem Strong Bull und dem Cursor rein. Jetzt ich mal ein Kärtchen. auch kein schlechter Draw. Ja, ich werde den Strong Bull wohl nach vorne legen, das ist okay für mich. Lethal ist noch nicht, ne, ich mache, bin ich One Off? Ne, ich bin ein paar Off. Also wenn ich die beiden mitnehme, wäre es super fein. Das Grabwork war ein guter Draw. Aber ich konnte auch nicht mehr so viele Länder ziehen, von daher. Äh, ja, ist okay. Ja, ich würde, glaube ich, auch nochmal anfangen, hier so ein paar Powerstores wegzucyckeln. Wenn wir eh schon dabei sind, ungeblockten Damage zu machen. Okay, dann sterben halt beide nicht. Das wäre okay für mich. Äh, warte mal, er hat jetzt noch, äh, okay, ja, gut. Okay, geht auf, also, ihn auf Eins zu bringen mit Aberlest Engineers in der Hand, äh, finde ich auf jeden Fall ganz nice. Okay, sweet, ja, gut. Puh, 6,1 also. So, dann kommt jetzt schon wieder der Endboss. I like. Oder sagen wir, einer von zwei möglichen Endbossen. Das ist ein Keep. Äh, Energy Refractor macht sich sehr gut in der Hand. Ich hätte natürlich nichts gegen den Citizen Storeward. Die sind in der Starthand halt immer sehr, sehr gut. Oh, Survivor of Coraless, interesting. Wir Refractoren trotzdem erstmal die Energy und finden einen Gears Cursor. Okay, ich habe kurz überlegt, ob ich Cradle Clear Cutter, Cradle Clear Cutter auf der 3 lege, aber jetzt, wo ich in den 5-Drop rein rampen kann, sollte ich das, glaube ich, auf jeden Fall machen. Ich bin gegen Blau-Weiß, Blau-Weiß Soul Jars. Machen wir nichts mehr gegen meinen Clear Cutter. Vielleicht ein Pazifismus, sodass er weiterhin für Mana tappen kann, das wäre in Ordnung. Counter Spell hast du nicht, oder? Na gut, dann haben wir hier einen guten Boy hingelegt, würde ich sagen. Hingelegt gehabt, Boy. Prison Sentence, na gut. Scraper Cohort und Go-Gel-Backed. Ambushed Paratrooper ist hier nicht schlecht. Mit insgesamt 4 Bodies, die angreifen können, ist das schon ziemlich okay. Aber gut, der Gegner hat auch noch 5 Handkarten. Also irgendwelche schlimmen Dinge wird er wohl auch noch haben. Vielleicht den 3-4 Flieger, der eine Marke verteilt. Der wäre schon richtig schrecklich, ehrlich gesagt, weil dann da ein 2-Power-First-Striker liegt. Der 3-4 Flieger wäre annoying, ja. Okay, aber es scheint ja nichts, ich glaube, das wäre sonst aus dem Mangel an Alternativen auf dem 5-Drop im Soldier-Bereich wahrscheinlich schon ein natürliches Play. Air Marshal. Okay. Wo ist meine, wo sind meine Arbor- Oh, Harbin. Oh. Ja, den sehe ich auf jeden Fall eins. Eins da, ja. Ja, ich glaube, ich muss Harbin wegmachen. Der ist ja viel zu stark. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, okay. Koilos Rock, der hat doch Flash. Was ist denn da los? City No Stored, okay, ich kann einmal pumpen. das bringt mir jetzt genau gar nichts. Ich habe keine Attacks. Wenn ich zweimal pumpen kann, warte mal, eins, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ich kann zweimal pumpen, dann habe ich sogar Attacks, ja. Ich kann, ich habe zehn Mana, Leute. Ah, was ist da los? 15 Länder? No Biggie. Ja, okay. Greift der an, ist die Frage und was machen wir dann? Also, warte mal, gibt es denn den Flying? Ist das ein Soldier? Ne, 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 Target Soldier gets flying, mein Freund. Okay, nehme ich zur Kenntnis. Ein vier, vier Blocker ist aber schon ein neun. Oh, das war ein guter Draw. Das war ein sehr, sehr, sehr guter Draw. Dann gibt es auf jeden Fall gleich die schönen Attacks. Jetzt kann ich eh nur einmal pumpen, das heißt, ich kann zumindest mit dem auch angreifen. Außer er will mit Air Marshal blocken, aber das glaube ich nicht. Ja, nächste Runde kann ich auf jeden Fall zweimal buffen. ist doch ein ganz nicer Attack dann. Wenn er jetzt mit dem animierten Might Stone, äh, Power Stone angreift, würde ich wahrscheinlich blocken und pumpen. Thopter Architect. Boah, hör mal auf jetzt! Okay. Okay. Gut, das ist auch nicht ganz so schlimm, weil ich kann immer noch meine Activated Ability nutzen. Ja. What? Okay. Okay. Uh! Vielleicht lege ich auch erst nochmal den Karton hier hin, oder? Ja, der ist doch auch noch ganz sexy. Ich muss allerdings sagen, dass der 4-4er schon ziemlich viele Attacks abgehalten hat, also. Oh! Was? Oh! Boy! Oh Gott, die Karte gewinnt ja jetzt sofort das Spiel. Das ist eine Attack für 100. Oh! Shit. Okay, ne, gewinnt sie nicht. Habe ich 10 Mana? Ich kann erst mal mit dem, ich kann erst mal mit dem an. Wenn ich denn darf. Gut, dass ich den 10-10, gut, dass ich den 10-10er mit Reacher habe, der dann einfach blocken kann. Okay, jetzt nicht noch ein Removal-Spell. Du hast deine Removal-Spells gehabt, das ist okay. Blau-Weiß hat nicht viele Removal-Spells. Es ist gerade das End-Boss-Game. Kann ich gleich einfach attacken. Dann müsste das doch lethal sein, oder? Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, Attacker. Ich kann die jeweils zweimal pumpen. Der kommt für 12 sowieso schon rübergefahren. Dürfte ich bitten, einfach kein Removal-Spell für meinen 10-10er zu haben. Das wäre sehr freundlich. Oder ich ziehe Static-Net für das Sigil. Das wäre auch okay. Nee, guck den jetzt nicht so an, Mann. Guck den nicht so an. Das ist trusty-rusty. Das ist doch voll nett und freundlich. Warum hast du jetzt Ursas Rebuff getoppt deckt? Kannst du mir das sagen? Moment, der hat aber keinen, der hat doch keinen Flying, oder? Nö. Okay. Okay. Äh. Gut. Da würde ich jetzt erst mal nichts mehr machen, weil das weiterhin lethal ist. Gerne normalen Schaden. Yes. Ja, da trampelt halt, da trampeln halt 9 drüber. Was soll ich dir sagen? Der hat halt nicht nur Reach, der hat halt auch Trample. Ja, krass, ey. Das war ja Deck einfach 7-1 gegangen. Damit hätte ich tatsächlich nicht gerechnet. Also ich fand es jetzt nicht, dass es super schlecht war, aber es war auch keine gute Variante des Decks. Also wir haben jetzt nicht so super viel Removal gehabt. Trotzdem hat es ganz gut funktioniert. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Lust auf Brother Store bekommen und hattet ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Euer Solaris. Tschüss. Tschüss.